Die ist noch nicht fertig. 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 Wo hast du denn das Flugzeug her, Helmut? Das Ding, ey. Von Wings & Mua. Ja. Wie viel Wichter denn? Was hast du denn da für einen Motor? Ach, zwei Kilo. Und ein Hacker C50 XL Competition. Ja, vielen Dank Helmut. Ich wünsche dir dir viel Spass mit dem Modell. Danke. Hehehehe.